Moin Leute, hallo und herzlich willkommen heute zurück zu dem nächsten Teil unserer Karriere mit den Eispiraten Grimmetshow. Heute ein Sachsen-Derby. Die Eispiraten Grimmetshow treffen wir auf die Dresdner Eislöwen in Dresden. Und ich hoffe, heute wird ein spannendes Spiel. Und ich hoffe, ein Sieg für Grimmetshow, dass wir an die Dresdner Eislöwen vorbeiziehen können. Im nächsten Spiel dann das nächste Derby gegen die Lausitzer Füchse, gegen Weißwasser. Und wir hoffen, wir gewinnen heute das Spiel. Ich hoffe, euch haben die zwei Videos davor gefallen, die eigentlich ganz gut für uns ausgingen. Und gute sechs Punkte in den letzten Spielen, im letzten Video, auch alles mit dabei gewesen. Schöne Chancen und, und, und. Schöne Tore, nicht so spannend wie die letzten, aber auch gut. Und wir hoffen einfach, dass dieses Video hier spannender wird. Und genauso torreich wie im letzten Video. Aber wir hoffen natürlich auf unserer Seite und nicht auf der Seite von Dresden. Das wäre nicht so toll. Aber wir haben es beschrieben, da ist das 1 zu 0 für die Dresdner Eislöwen. Schade, das 1 zu 0. So schnell kann es passieren, so schnell geht es. Dresden liegt nun 1 zu 0 leider vorne. Zu Hause, in ihrem eigenen Stadion. Aber Grimmeltschau setzt gleich nach mit schönen Checks. Ole, Olef hier am Stören. Jetzt wieder Alleingang von Dresden. Aber Grimmeltschau wieder da. Ui, Oleksilin hält zum Glück den Puck safe. Heute im Kader. Ähm, ein bisschen verändert. Wir haben wieder Unterstützung von Bremerhaven gekriegt. Äh, Bredow heute wieder mal mit dabei. Ole, Ole, Olef würde ich sagen. Ähm, Fairbeek leider verletzt. Kann man leider nichts machen. Uns fehlt der gute Fairbeek. Aber man, Verletzung ist Verletzung. Jetzt erst mal Eising. Schade. Man kann nur hoffen, dass er so schnell wie möglich zurückkehrt. Und sich nicht zu doll verletzt hat. Dass man sagen muss, ey, bitte hab nichts Ernstes. Bitte seine nächste Partie gegen Weißwasser. Oder zwei Spiele danach wird er da. Ah, der Waldhenri kann ihn jetzt schießen. Aber der Puck kam leider nicht an. Bredow jetzt mit auf dem Eis. Philipp Bredow zusammen mit Justin Büssing. Und da verlieren die Eisbärten Grimmeltschau wieder den Puck. Und da trifft Dresden jetzt den Pfosten. Büssing schmeißt sich in den Puck rein. Und jetzt Sören Sturm. Zu Büssing. Zu Sören. Sören Sturm. Der verpasst aber leider den Schuss. Oder erwischt nicht so gut. Und jetzt Dresden. Alleingang auf Oleg Schelin. Oleg Schelin hält. Aber er macht's wieder schnell. Bredow. Bredow. Schön. Zu Lindbergh. Oh. Schöne Chance von Dominic Walsh. Und wieder Alleingang von Dresden. Grimmeltschau zum Glück wieder mit da. Colin Smith. Läuft jetzt durch. Zieht dort Lindbergh. Der Puck. Keine Ahnung wo er gerade war. Es sah nicht so gut aus. Spieler Nebenspieler. Jetzt im zweiten Drittel. Die Eispiraten liegen 1 zu 0 hinten. Colin Smith hier wieder am Bulli-Punkt. Zu Bellissen. Zu Lindbergh. Lindbergh verliert den Puck. Schade. Kreuzer wird ausgetanzt. Aber Oleg Schelin wieder mit da. Zum Glück haben wir so einen guten Goalie. Wär schlimm. Würden wir ihn nicht haben. Wieder Oleg Schelin. Kreuzer zu Dominic Walsh. Walsh wird abgedrängt. Verliert den Puck. Walsh geht nach. Checkt auch schön. Smith. Smith. Sieht dort Lindbergh. Schade. Dort standen leider zu viele Spieler. Und das gibt kein Icing. Saponari. Will die Saponari. Will die Saponari. Kann ihnen. Oh. Schade. Wäre die nächste schöne Chance für die Eispiraten gewesen. Büssing geht nach. Ole Olef checkt wieder. Sieht dort Büssing mitlaufen. viel zu viel Gewusel immer vor dem Tor. Ole Olef. Oleg Schelin hält wieder. Hier ist jetzt einfach noch rumgeschuppelt. Verbeck doch mit dabei. Tor. Scott Faser. Mit dem 1 zu 1. Vor uns wurde angezeigt, dass Payton Verbeck verletzt ist. Okay. Dann spielt er jetzt doch mit verletzt. Das will ich aber nicht, dass der verletzt mitspielt. Shit. Man. Ich hab gedacht, ich hab den ausgewechselt. Ich will den noch nicht. Noch mehr schaden. Sören Sturm. Wieder. Oh. Schade. Ich habe gedacht. Dass jetzt das 2 zu 1 kommt. Für die Eispiraten Grimmel. Wieder. Der Scott Faser. Aber leider. 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 Sören Sturm jetzt. Sören Sturm. Oh. Bredo. Schön weggecheckt. Aber. Dresden immer noch. Mit der Chance. Und da gibt es die 2 Minuten Strafe für die Dresdner Heislöwen. Durch. Durch Crosscheck. Ja. Crosscheck. Die Eispiraten Grimmel Show. Jetzt in Überzahl. Wir hoffen mal. Wir kriegen es jetzt hin. Die Überzahl. Das letzte Mal lief es gut. Craig Kreuzer. Lindbergh da vorne. Ja. Wieder. Bulli. Toder von Dresden. Wieder Bulli gewinnt. Wieder Craig Kreuzer. Diesmal. Gegen Konter von Dresden. Dominik Walsch. Colin Smith. Oh. Da verlieren sie wieder den Puck. Aber. Grimmel Show gibt nicht auf. Tobias Lindberg. Dominik Walsch. Walsch. Bellison. Walsch. Walsch zieht wieder ab. Schade. Goalie hält Schombudder. Das kann nicht wahr sein. Mann oh Mann. Henry Kaninen. Wieder. Gewinnt wieder Bulli. Skalzu. Mario Skalzu. gibt es die Strafe für die Eispiraten. Behinderung. Scott Fazer. Was war da jetzt zu sehen? Das würde ich gerne mal sehen. Da war einfach nur eine Traube. Nooo. Da haben wir den Gegner umgeschubst. Wo der Puck nach oben fliegt. Aber 4 gegen 4. Nach 30 Sekunden. Mario Skalzu läuft vor. Aufs Tor. Sieht dort Dominik Walsch. Und Dresden wieder komplett. Henry Kaninen versucht zu klären. Gar schade. Nochmal schönen Gegner weggecheckt. Den checkt auch nochmal weg. Skalzu. Joa. Äh. Spannendes Drittel würde ich sagen. 1 zu 1 ins letzte Drittel. Uiuiui. Spannend. Spannend. Wir hoffen wir gehen nicht in der Overtime. Äh. Wir hoffen aber nicht, dass wir ins Penalty schießen gehen. Wir hoffen. Wir holen auch so die 3 Punkte. Wenn wir nur 1 Punkt holen. Holen wir nur 1. Aber 3 Punkte wären schön. Dann sind wir an Dresden vorbei. Kibble. Zu. Niemand. Bellissen. Und Dresden. Skouli hält den Puck fest. 7 zu 7 gewonnene Bullys. Wer macht jetzt das 8. Reichel. Ja Reichel. Oh. Schade. Der sollte zur Reichel gehen. Und jetzt der Gegenkonter fangen. Und da gibt es Penalty. Für die Dresdner Eislöwen. Ojojojoj. Ojojojoj. Oleg Schilin gegen Dresden und Oleg Schilin hält. Oleg Schilin hält den Penalty. Das heißt weiter mit 1 zu 1. Und da ist die Scheibe kaputt gegangen. Die Scheibe ging kaputt bei dem schönen Schuss von Dresden. Zum Glück nicht ins Tor. Tobias Lindberg jetzt. Sieht dort wo ich mitlaufen. Bellissen. Bellissen. Und der Puck ist wieder mal draußen. Uiuiui. Das ist hier ein spannendes Drittel. Penalty zum Glück gehalten. Sonst würde es jetzt anders stehen. Tobias Lindberg wird vom Puck getrennt. Kreuzer. Schön den Puck wieder erholt. Zu Lindberg. Lindberg zu Smith. Smith schießt drauf. Aber Dresden hält. Lindberg wird hier nochmal weggeschubbt. Hier ist jetzt wirklich Spannung pur drin. Hier ist das Derby ist extrem spannend. Sabinari. Büssing wird in die Bande gehauen. Und Büssing läuft jetzt alleine auf den Goalie zu. Uiuiui. Wären glaube ich nicht so viel Büssing rumgestanden. Hätte er schießen können. Kam aber nicht zum Schuss. Fairbake. Verliert ist Bully. Olev leider nicht zuerst am Puck. Ole Olev jetzt. Scott Faser. Scott Faser sieht dort. Fairbake mitlaufen. Und da steht es. 2 zu 1 für die Eispiraten Grimmitschau. Hayden Fairbake. Der Verletzte. Mit dem dritten Tor in der Saison. Schießt die Eispiraten Grimmitschau. Zum Führungstreffer im Sachsen Derby. Gegen die Dresdner Eislöwen. Ole Olev jetzt schon wieder. Wird weggecheckt. Von der Nummer 25. Ole visiert ihn weiter an. Skalzo. Jetzt am Puck. Ole wieder. Zu Sigmund. Sigmund verliert den Puck. Und da gibt es die Prügelei. Mario Skalzo. Prügelt sich hier auf dem Eis. Er hat schon keinen Helm mehr. Aber wer gewinnt den Kampf? Mario Skalzo gewinnt den Kampf gegen die Dresdner Eislöwen. Heute ist wirklich alles drin. Penalty. Prügelei. Torespannung. Mario Skalzo kriegt Spieldauer. Er darf schon mal duschen gehen. Wegen unsportlichem Verhalten. Uiuiui. Wir hoffen. Den Dresdner. Der auf dem Eis lag. Geht es wieder gut. Der Puck ist zum Glück draußen. Nur noch zwei Minuten zu spielen. Der Torhüter von Dresden ist draußen. Und jetzt könnte die Chance sein. Für die Eispiraten Grimmitschau Dominik Walsch. Dominik Walsch läuft vor. Verliert den Puck. Spannung pur in diesem Spiel. Tobias Lindberg klärt. Das heißt, die Eispiraten Grimmitschau gewinnt 2 zu 1 gegen die Dresdner Eislöwen. Das heißt, Derby Sieg für die Eispiraten Grimmitschau. Durch den Sieg Treffer von Hayden Fairbeck. Spannung pur und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn es heißt, wir spielen gegen die Lausitzer Füchse das nächste Derby. Die bis jetzt nur ein Spiel gewonnen haben. Also, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschau laulau. Tschau laulau. Auch gut. Tschau tschau. Tschau.